Herzlich Willkommen liebe Leute zurück zu Let's Play Tomodazzi live auf dem Nintendo 3DFs so im letzten Part war er doch ein sehr spannend da haben wir nämlich das erste Liebespaar auf der Insel bekommen bzw zusammengekommen nämlich das Mie von mir und das Mie von Kröte umso gespannter bin ist wie es heute wohl weitergehen wird in Tomodazzi live schauen wir noch mal hin und schauen was das Apartment Haus sagt heute machen wir verlinkt nach Rest und fangen an mit David oder Herz und Herzen das heißt irgendwas irgendwas will David ja was gibt's ja wenigstens heiße ich ist bald ich möchte Kröte CSD einen Antrag machen ist das eine gute Idee als ob das einfach so beim fünften Part hier so so Sache geht ja 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 moin weißt du im vierten Part werden Partner im fünften Part so einen Antrag machen ne ich habe keine Ahnung ob das ein wo es in den Ofen ist ich würd fast sagen das ist noch so früh weil es mal die Satze erst ein Antrag Partner aber es wäre wiederum lustig wenn ich klappen wollte ich geh mal auf Nussu welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der beste so das heißt definitiv Feuerwerk ganz da sollte ich mich vorher umziehen du hast nichts umziehen ne oder schauen wir mal ja moin ne wir haben nur die Standardkleidung zahle okay ich glaube das wird nach hinten losgehen weil es zu früh ist aber es weiß es nicht den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abzupassen macht mich nervös könntest du mir helfen gib mir Bescheid wenn Kröte CSD an mich denkt in Ordnung ich mache den Antrag ich glaube das wird da hinten losgehen ne sollen wir uns hier hinsetzen fach nein ich bin nicht hungrig hab ich jetzt verkackt oder wie okay hä ich habe dich nicht verstanden ja ist klar ja legal dieses Herzrasen macht einen so hardcore nervös ist das nicht wunderschön aber du bist noch viel schöner ich bin mal gespannt ob das jetzt gut ausgeht ich glaube ne das ist einfach so früh aber sehen ich finde es witzig ich habe das Spiel vor jahrelang gespielt aber die andere zwei sind zu sowas gekommen ja ey es ist witzig hier ich muss dich etwas wichtiges fragen was gibt es denn boah was jetzt den Kopf und mein Miet grad durchgeht ey möchtest du mich heiraten ich glaube das war jetzt zu früh ne aber ja natürlich möchte ich ja moin ja moin ja so ist da kann es gehen ne es ist alles richtig gut gelaufen vielen Dank ja da freuen wir uns doch das hier möchte ich dir mal danken ab 18 spray wir sind noch nicht erwachsen und können noch nicht heiraten ach nee wir können erwachsen werden wenn du das ab 18 spray benutzt weißt du was weißt du was wir machen es richtig schön die benutzen das ab 18 spray vielen Dank sei so gut und benutze das ab 18 das ist ja die folge auszugehen ich will 18 werden also einfach das ab 18 spray benutzen und dann werden wir 18 wenn ich jetzt 18 werden will um zum beispiel zu rauchen oder sonst war es einfach spray nehmen dann werden wir 18 dann mal auf zur Hochzeitsfeier dann mal auf zur Hochzeitsfeier ja moin die erste Hochzeitsfeier ich will 40 advertising unкую eine die die kvalifte die b die 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 den da würde machen eine hochzeitsreise afrika und reise ja moin ah ja da kann ich jetzt ist auf den unteren knopf gehen und dann macht man ein foto das ist ja witzig sehr witzig ja dann haben wir offensiell schon ein verlängertes dispa in thomas live ist ja witzig ich hab nicht gedacht dass es einfach so schnell geht ja moin wir hatten so viel spaß hier ist ein andenken für dich wüsstensand lol danke weiter nach uns auch wenn wir hier verheiratet sind das bekommen wir hin was da ist im nächsten part haben so kind oder sowas rip so äh was sagt man jetzt definitiv für objekt und zwar so feier senken wir wo ist denn die jetzt hin ich will ich will mir selbst eine video senken da haben wir sie da kann man jetzt auch was erwachsen aus so uns wieder erachtet hier was neu ist da sieht man mal ja moin ja moin ja moin ja moin ja moin ich hab mir doch einfach mal hin willkommen die viertel hier starten verheiratete parien neues gemeinsames leben kommt immer wieder vorbei zu sehen wie die jungen familien sich entwickeln was betrifft so verheiratete mi charaktere auch noch an ihren alten appartements an dort kannst du ihnen also noch nach wie vor beim einrichten helfen ach ja hier trenziert ja jetzt unsere ach so also mein mir das für grotes hier drin ok gut zu wissen so was haben wir denn hier alle ich habe einen park müsste überall mal hin zu kommen wir schauen jetzt mal was hier alles so gibt was jetzt bis jetzt noch nicht angestellt haben aber da ist krutig soll ich das ja kaufen geld zu bekommen aber das ist der park ok hier vergnügungspark da will ich alles überall noch mal hin auch ins café boutique schauen wir erstmal was wir unsere mies noch wollen wie gesagt wir gehen für links nacherst heute mal jetzt hör mal was gamer wollen ebenbild von david hallo schau mich doch nicht so an na dann lass uns mal bleiben ich werde oh nein sagen wenn mir etwas sorgen bereitet was hältst du davon klingt gut alles klar weißt du auf anhieb was dir am wichtigsten ist ich nicht meine freunde meine familie aber keine ahnung ha geäldert jetzt ja wirklich wenn ich jemand fragt auf anhieb und ich fragt was wichtig ist ich würde sagen definitiv das wichtigste überleben sind freunde und familie damit die einfach so krass wie zeit verbringt und zuhle vielleicht noch ok aber der ganze rest kommt danach wo wir jetzt alle hassen zuhle ist wichtig weil ich bis dahin habe mir so ein so komm oberstein anlauf friss ich merke dir aber bestimmt gut das hat das himmel ist lecker wunderbar so bitte ein kleines dankeschön ja ja kamera nice so sind sie alle wünscht durchschnittlich ne hier ähm so viel dann machst du mir so normal so viel vorbei ok ja spielen wir oh gott was ist es wohl von dem du hier was welches item ist es wohl von dem du hier die sie hätte sie ist das link vielleicht ach das habe ich irgendwie nicht verstanden gehabt und apfel erkenn ich die antwort im ich habe siemals Mütze weil er hat hier so ein Ding unten dran ging auch Leute ist lustig und die letzte Silhouette wir packen wir es auch noch ich bin vor siehens kapiert bäaam yeah ich dir mal das mittlere große okay der war doch gesagt gewesen egal große ist auch gut yeah was soll ich immer so gierig sein und das größte nehmen Leute kommen mit zwei zeiten vom Onkel David so Einmeldung was gibts Einmeldung darauf haben alle gewartet das Pfandhaus wurde auf Gamakook eröffnet uh das Pfandhaus okay wenn ihr Gegenstände habt die ihr nicht mehr benötigt oder auch zu viele Exemplare eines Gegenstandes dann schaut doch rein bis nach wie so eine Köche irgendwie keine Ahnung falls ihr Wahlgeld benötigt solltet ihr dringend einmal reinschauen gott I know okay das merkt man uns so so viel wir glaube es irgendwas dann schauen wir uns mal ein bisschen um auf der Insel guten Tag ich denke Cookie und ich sind richtig gut befreundet ah was hilfst du von Cookie und mir alles super dann steht einer noch engeren Bindung ja nicht im Weg ja moin haben wir jetzt bald hier die nächsten äh Partner oder wie ja bestimmt und ja werden auch neue dazukommen ähm ich glaube ich habe keinen neuen Mies erhalten bis jetzt aber wie gesagt es wird immer lustig umso mehr Mies dazukommen jetzt finden ab dem nächsten Part könnten mal neue Mies dazukommen dann habt ihr aber einen Appell falls irgendwer von euren Mies ein Mies hat kann ich gerne reinkommen ich glaube Cookie du hast mir auch noch ein zweites gesickt das werde ich auch mal sauerndes im nächsten Part rein tue und dann tue ich im nächsten Part mal mehrere Mies rein tue es nochmal ein paar raus aber falls auch ihr Mies habt wenn ihr nie wollt dass die hier reinkommen einfach QR-Code per PN zicken dann hat kurz unter dem Part schreiben dass ihr mir einen QR-Code von Mie per PN gesickt hat und dann tue mal euer Mie in das LP dazu das ist der Plan so ich wollte mal das Kaffee sauen wenn ich auf den Pfalzen egal wie Spicerns trotzdem nichts ist nicht trotz weil ich auf das ins Kaffee sauen bin auf den Pfalzegknopf gekommen haa ist das ein gespeicert aber das hat auch nie hier da ist niemand hier sieht auch mal übelst gezielt aus das Kaffee der Verkündungspark will ich noch aufheben Möbelhaus Warnmason Boutique Pfandhaus Hutmacher ok der Zauber hat einfach mal so Ranglisten und schauen was es dort so aktuell ist gibt Fitness Rangliste will ich aber am höchsten danach kommt Gelma die will ich wirklich jeden Part jeden Tag einmal anschauen und tolle Jungs yeah wir sind immer noch direkt am zweiten da kann Cookie und dann Gelma wir haben aber auch nur die drei Jungs ne also so gesehen wie gesagt wir mussten ein bisschen mehr Wind in die Bude bringen dann wirds ja auch wieder mehr ähm jetzt Banda oh das ist halt cool einmal wo noch ein Lied singt das magst du nix entsteht hier dieses ähm wo die Müsse glaube ich sie auch singen können das hier richtig lustig ähm haben wir so viel davon gesehen das dauert noch bisschen ok das haben wir mal wann das nicht Problem ist hab das haben wir gleich das alles nach jefern noch Bewohner ok wir haben wir noch ein Foto machen sind Bewohner 5 5 aber wir konnten trotzdem mal schauen die Probleme wir jetzt schon gelöst haben die Statistiken sind ganz interessant die kann man hier unten zu sehen äh genau hier entfand ich gelöst ok Einfach altes Parkheim Kid nix auf Reisen gesägt das ist dann der dinge das ist dann der dinge so also das ist trotzdem am Anfang das war doch mal wieder hier äh eigentlich den ganzen Parts mehr oder weniger physisch gestimmt und ich will jetzt nix größes mehr machen weil der Part hier wirklich jetzt der WDR und Hitl irgendwie sehen die erste 18 auf Gameback aus irgendwie sowas in der Art das ist das was in die Part hier passiert ist und zwar sogar gleich am Anfang weshalb wir jetzt den Part nur noch den Spendenbrunnen machen und dann würde ich den Part für heute jetzt auch wieder beenden weil eh nix krasseres mehr passieren wird so dann sagen wir doch ein letztes Mal mal ins Miefamilienviertel ahja ah da kann man zoomen kann man nicht irgendwie auch ein Foto machen ha ich stocke jetzt hier die Mies jetzt jetzt so oh ah das war aber sogar vorgedreht ich noch mal Foto von mir ausmacht dann gut ich bin aber eigentlich noch Durst Dank der Unterstützung von Cookie konnte endlich eine regelmäßige Postverbindung zum Nintendo 3DSD der Transfer etabliert wird na wunderbar dieser Service ermöglicht es dir im Spiel erstellte Screenshots in soziale Netzwerke hochzuladen ab sofort lässt sich schon während des Spiels von Tomodachi live aus eine Verbindung zum Browser aufbauen ok die ein direktes Buchladen über den Nintendo 3DSD der Transfer ermöglicht ahja wie Cookie berichtet freut er sich schon auf zahlreiche Bildbeiträge mit denen die Schönheit von Gamakook überall auf der Welt bekannt gemacht wird ja die wird es dann natürlich alles bald geben eine Veröffentlichung auf die Insel zurückzukehren ist ein drückendes Home-Clops und eine Rücke zum laufenden Spiel in Tomodachi live erforderlich danke fürs Zuschauen ok das war aber auch ausprobieren aber im nächsten Part von Tomodachi live vermutlich ist das war es wie gesagt mit dem Part ich bin gespannt wie es in Game-Accounts hier weitergehen wird ähm sind erst alle Türen offen und wie gesagt ich werde nächstes Mal definitiv ein paar mehr Charaktere reintun und meine Stat-Wissen erfüllen umso mehr mitmachen und so lustiger wird und ich habe nochmal der Appell falls ihr noch an ihr habt was gerne von dem ihr wollt dass ihr gerne mitmacht einfach per PR anschreiben oder auch öffentlich in die Gamakook Community Gruppe schreiben das ihr Interesse habt ihr dann wollt ihr sich bei uns melden und dann zau mal dass wir noch eure Mies auch in dieses Projekt reinbekommen ich sag jetzt herzlichen Dank fürs Hochzauern machts gut liebe Leute bis zum nächsten Mal und ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.